um der Plan heute mal er auf jetzt kommt es wir gehen in den Norden die Norden gehen in den Norden Nordmännern dort gibt's dickes Leder Alter da müssen wir Elefanten dort schlafen ach da krieg'ma's her und Nashörner Gesocks sonstiges Mannides Mammut der muss dran glauben, den gar nicht so sonnig leiten wie zu süß, der Voril ich hasse den, wie der quatscht und so immer so leck mich doch am Arsch leck mich doch du bist sowieso doof du faul Tier das SID ist der einzige der wirklich cool ist im Ernst ein Scheißer pinker Färbe zu setzen ich wollte hier eigentlich nicht rein Eisen sind sowas brauchen wir nicht wir brauchen nur Waffen die müssen wir erst mal reparieren sehe ich gerade ja 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 so die Rüstung müssen wir noch mal angucken Eisen haben wir ja noch genug, da müssen wir ja nicht gehen Norden ach so, vielleicht sogar Bandagen doch noch bauen hast du mal geguckt für was die sind eigentlich? ob die fürs Blüten sind? nö, nur sind einfach bloß zum zum regenerieren ja ok ja das ist extrem lang ist doch nicht boah alter wenn wir vorher nicht noch wir haben ja vorher schon die Stunde gezockt und nur gequatscht da streamten wir hätten sechs Stunden gestern ja aber so, mindestens ja das ist zu krass ja ok das Schwert ist repariert ja ach so, ich wollte ja mal so Zeug bauen hier Verbesserungskits die sollen das Schaden von Waffen angebracht werden können ok, das hole ich mal ich brauch mal ein Öl von unten da müssen wir mal gucken wo wir Öl auftreiben können ob es das auch im Norden gibt mal gucken, ne? möglich so, ich bin wieder weg ok oh ich war gerade hinter der Tür ach so nach Hause stirbt ja hier per se ja, geil voll in die Fresse voll in die Fresse die Tür mhm warte, noch ein bisschen Zeug bekommen ach Öl wollte ich doch nicht eisen scheiße man man vergisst noch seinen Arsch noch gut, dass er angewachsen ist bin mal gespannt und was dabei rauskommt das müsste eigentlich auch mein Leder fertig sein ja herstellen ich glaube mit 10 Stück komme ich nicht weit das ist das einfaches Waffenreparaturkit stumpf einfaches Verstärkenskit mittleres Dramaschenfutter dann stelle ich mal zwei her mittelschwerer Oberschenkits da geht es los es gibt zwei Waffen ok reicht wie sperre es meine Waffe ach naja das geht so jetzt bin ich mal gespannt wie das jetzt funktioniert was ist einfaches Verstärkenskit wende ich es mal auf eine Waffe an wie wie geht das verstehe ich nicht wo das ja drin machen muss hm 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 so wie soll ich das anbringen alter ach achso einfach drüber ziehen ok ok wunderbar ganz wunderbar eine Waffe modifizieren, ey ich hab's ja ich bin Stuwe 27, weil ich das gemacht hab ok, dann zieh ich das einfach mal hier noch drüber Rüstung modifizieren, ok, ich hab noch mal einen Erfolg und was ist das? Wenn ich das jetzt drüber ziehe, ist das andere dann weg? Wir werden's gleich sehen Kann nicht verschoben werden Achso, es ist bereits modifiziert, ok, es geht nur eine Modifikation Schade, na, da hebe ich mir die mal auf Was ist das? Da ist irgendwas drinnen bei dir im Vitralstreit Was? Wie? Was ist da drin? Achso, naja, klar, hab ich hergestellt Muss aber machen Was ist denn das? So ein komisches Kreuz da, was weiß ich Ist das eine Waffe oder was? Nö Weiß ich nicht Ganz Ich bin aufgestiegen Was? Du Sack Die Götter feiern Einfach so Ein Mitra Kreuz Warte Ich schlag dich tot Für die rituelle Reinigung der Tod benötigtes Kreuz Aha Ok, warte mal Ich mach Info Rein damit Mitra will, dass die Menschen aufrecht vor ihm stehen Und sie nicht Ah mein Schild Und sein Altäre mit Aufverbund gesudeln Cool, du hast da was über deiner Tür angebracht Ja Nice Und bist du da vorne? Ja Geil, ja? Aha Gefällt mir So, dann lass uns gleich hier hinten hoch rennen Ja Glaub ich Wollen wir kurz einen Blick auf die Karte Ja, hier hoch Das ist gut Das passt Okay Wollen wir hier hochklettern? Ja Das ist glaub ich ne Abkürzung Ja Keine Ausdauer Ey, Alarm Nein Wir sind noch runtergefallen Warte kurz Kurz durchatmen Mit der blutende Arme laufen lassen Mhm Oh hier, Metall Lächelt uns an Ich habe nur Schmetze mal abhacken Das sind Hyänen Das sind Hyänen Oh Komm doch, Baby Oh Die andere hat sich auf dich gestotzt Okay Brauchen wir irgendwie Zeugs Gute Prozesse Ja, wir müssen den wegschmeißen können wir es immer noch Das Dönerfleisch brauche ich nicht So, müssen wir hinrennen Ja, bisschen so Dort stehen noch wie jem Oh, hier ist glaube ich das Oh ne, wir können hier dros rennen Und wir laufen mal richtig Ja, so ungefähr ab doch die Richtung stimmt Schade, dass du ja nicht so was wie nen Kompass hast rost, oder? Ja, ja Die Schmerzerin Hm Na ja, dann weiter hoch Ab in die eisigen Gefilde Da müssen wir schon auf dem besten Weg Ja Wir können jetzt hier links gleich Oder Ja, ich würde sagen gehen wir mal links, da waren wir glaube ich noch nicht Ich war überhaupt noch nicht da, also Na obwohl, wir waren doch glaube ich schon mal hier Hier waren wir schon, weil die Straße, die Sklavenstraße oder sowas Jetzt kommt ja auch noch ein scheiß Sturm auf, Alter Ich dreh gleich durch Ach komm, wo geht man hin jetzt? Wir müssen irgendwo Unterschlupf suchen Ja, hm Scheiße Ist das auch noch ne Höhle? Nee Mist Was ist das da oben? Ich will ja sterben, wir müssen weg, ja Wir müssen irgendwo hinrennen Hm Du bist schuld, Matze Wir haben nicht mal, wir haben nicht mal, wir haben nicht mal, wir haben nicht mal Wir haben nicht mal, wir haben nicht mal Spinnen, Alter Wir haben nicht mal Werkzeuge, um uns was zu bauen Pflanzenfasern, mehr brauchst du nicht Was ist das? Pflanzenfasern, für was? Naja, für so ein Bettchen Und Holzstecker, mehr brauchst du hier hin Ich hab keine Unterschlupf Vielleicht zieht, vielleicht ziehen wir anderen vorbei Sieht so aus, als würde er an mir vorbeiziehen Ja Sieht gut aus, denke ich Jetzt muss ich mal bisschen wegrennen Okay, ich glaube, da ist weg bei mir Versteh ich auch nicht, du müsstest doch eigentlich Auf der Karte bei mir angezeigt, es wäre noch nicht da hinten Alter, das ist der Blinder Ja, das ist dämlich Das ist komisch So, Kongo, 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 komm Es kann weitergehen Da ist er, sehr schön Ja, ich bin nämlich lernfähig Oh Ja, kannst du glauben Auch wenn's nicht so aussieht Was? Was denn? Alter, ich Ich fass es nicht Was denn? Ey Der hat mir grad übelst 10 Jemand 10 Euro gespendet? Quatsch Echt ja? Ey Ich danke dir Ich dreh gleich durch Alter, das ist ja der Wahnsinn 10 Euro Ihr seid doch verrückt Ihr seid doch verrückt Echt So viel Mensch Ey Ey, ich hab echt Gänsehaut jetzt Das kann doch nicht sein Danke dir Super Boah Krass Ah, das ist doch Wahnsinn Oh, das ist doch ne nette Schlange Guck mal Oh ja Alter Ne Ich glaube Ich glaube Das ist relativ aussichtslos Oder? Ich glaube auch, he Ne Also jetzt Er hat nochmal 5 Euro gespendet Danke Danke fürs Folgen Alter Heute gehts ja ab hier Das ist ja der Wahnsinn Und Geh dich gar nichts an Nochmal 5 Euro raus Alter, ich dreh durch Das kann doch nicht sein Jungs, übertreibt's bitte nicht Das ist Ich freu mich extrem Aber Wahnsinn Ey 15 Euro Krass Naja Krass, oder? Fast Der Service für den Monat Perfekt eigentlich Schön Echt da Ich seh das erste Vieh Was uns Dickes Leder bringt Echt? Ja Es sieht aber ziemlich groß aus Äh, Nashorn Äh, richtiges Guck mal, nehm dir Hinter dir Hau doch einfach Machs lang Oh, ich bin im Wasser drin Also Es war zu tief Jetzt hat's Schiss, was? Ja Ja So Da liegt der Dicke Aber er hat mir etwas zugesetzt Oh, krasser Tag heute Oh, Abend mein ich Das ist cool Das ist cool Ich wär ja nicht fertig drüber Oh, das ist noch eh Okay, nachdem kannst du mal Abziehen Ach mein ey Alter, was machst du denn? Ah, huuah Huah Na Das ist ja auch Das ist ja auch Das ist ja auch Das Stück Hab ich Hab ich Schön Ähm Ey Der Fette Ist das normal Dass die so groß sind Oder ist das hier Und boah ist das auch sowas Also Okay Wir lassen uns erst mal heilen, oder? Äh, ja Willst du denn anschießen? Ne, ich hätt's uns gleich mal angeschossen Na gut, dann schießen doch mal an Ne Ich heil mich erst mal Wir sind zu weit weg von zuhause Aber wisst ihr was ich mache? Was denn? Ich nehm mir jetzt Ich hol mir jetzt erst mal paar Pflanzenfasern Ein paar Stöckchen Und dann ähm Bau ich mir ja ein Bettchen Ein Bett? Okay, ach das ist ne gute Idee Dass du nicht so weit rennen musst Mh Ähm Ähm Wo krieg ich denn das Stöcker her hier? Hast du ne Axt nicht? Pass auf, da hinten stehen ein Typen rum Ne, ich hab keine Axt mit Das ist ja das Problem Nichts mitgenommen Ich kann nicht mal Hier ist was Aber ich krieg noch Pflanzenfasern Hab ich von denen Wie hab ich von denen mit? Und 66 Habe ich von denen Okay, da Hätte ich schon mal was Aber Holz Ach hier unten Oder? Und zwar Ne Ne Und da ist noch eine große Schlange Mist Die war irgendwie schwer Die war irgendwie schwer Oh, jetzt hab ich mich vom Kaninchen erschrocken Hahahaha Aber ich glaube Ich glaube Die sind friedfertig Die Nashörner Oder? Ne Äh Okay, ne Sieht nicht so aus Hahahaha Ne Ne sind sie nicht Also sie Aber die sind kurzsichtig eigentlich Die sind dumm Also normalerweise Ich hab Stock Oh, ja ich auch Und da ist noch so ein blödes Krokodil Komm doch du Nashorn Die Krokodiler nerven etwas oben Bisschen Äh Was nicht hier ein totes Nashorn Wie kann ich das Kannst das Ach das hat sie Das hat sich ein Krokodil geholt Ne Ach so steigert auch mal wo Video gesehen Da ist äh 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 Nilpferd hat sich ähm Eine Gazelle Geschnappt Oder irgend so ein So ein Wasser Achso Afrikatisches Wasserhorntier Achso Geschnappt ne Und Ey das war krass äh Hat sich nicht gedacht dass sie das können Ja dass sie sowas machen Das Viehzeug Na? Äh Richtig gefährlich alter Ja Richtig gefährlich das Viehzeug Gerade auch dann wenn die Junge haben oder so Aber das glaube ich immer Dr. Balz sind Du musst vorsichtig sein Äh Apropos Balz Gehst du Eichel her? Jetzt Schon mal gehört? Das Vieh? Ja Den Vogel Die machen doch übelst Palermo ja Übelst Krach Schlimmer als Krähen Ich bin letztens durch der Heide gelaufen Und auf dem mal geht so blub 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 Ja übelst feine Töne so Und ich guck Hat der Balz? Hat er die Ohmacht? Was ist denn das für ein Viehzeug? Nicht mich Und da saßen da drei solche Viecher alter Und die haben da rumgebeilzt Das kann nicht wahr sein ja Ja Die machen sonst übelsten Terz ja Und da ja übelstes Liedchen zu singen so Dort ja auch ne ja Oh ne Hab ich nicht die Axte in den anderen Was war denn da? Ja Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Was hab ich mir denn gebaut? So warte jetzt brauch ich mal ein Bett Einmal her stehen bitte Ach ne Wurfachst alter ich voll honk Hier ist die richtige Axt Brauchst du ne Wurfachst? Äh nö Wenn nicht schmeiß ich es dem Nilpferd vor den Kopf Ich baue jetzt erstmal das Bettchen Ach wie schön Aber das Nilpferd hat bestimmt schön viel Leder Äh das Nasrum mein ich Ja ja Ne ich meine wir können es ja mal probieren Wir schießen es einfach mal an und dann gucken wir mal wieviel es abzieht und dann Ja Brauchst du noch was brauchen wir mit dem Bett wollten wir bauen Ja ich hab Brauchst du wohl Was brauchen wir noch so? Was brauchen wir noch so? Ich hätte ja auch klemmerts Wehebraum gehen ins für Tische Ne Quatsch Achso Achso du meinst bloß hier normalen Faserbett So ein Schlafsack Oh ja Boosterbett Ich hab's ja mal ich noch in der Hand hab Ich glaube wir werden im Noten drauf gehen Ach Ja Frieren vielleicht ja Das wär meine geringste Sorgen Ja Wenn wir ja schon die Schlange an der Schlange scheitern Ja ist bloß Wahrscheinlich ja Hm So wo hau ich das Ding hin Ja Das Grundpunkt aktualisiert ok Vorsichtshalber nochmal Brauchen wir sonst noch irgendwas Keine Ahnung Ich schieße das mal das Nase an Einfach nochmal zu gucken Das brauche ich jetzt hier alles nicht mehr Wo ist der Platz eigentlich? Hier müssen wir doch eigentlich sehen in der Landschaft Ja da steht dort in der Oase Ich schmeiß den mal die Wurfachs hin Ich schmeiß den mal die Wurfachs hin Wo ist er hin? Da vorne steht er doch oder? Da vorne steht er Ja 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 ich seh den Ich wollte nur von dem Von dem hässlichen Krokofi ausweichen So hier So Na wie schmeißt das die? Wir schießen voll ins Auge Wir schießen voll ins Auge alter Ich hab ne Wurfachs in der Wurf zu nicht Ach doch jetzt Oh Alter Der hat drei Toten gepf... Weg dir Und der hat drei Toten gepf... Ich glaube er nimmt die Beine in der Hand he? Ja Wurde ich sagen Kommt er? Das wird... das wird nicht Nee Aber er erscheint Und dafür das blöde Krokodil alter Da hab ich auch keinen Bock drauf Die sind so lange weilig Kurzfristig 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 Bin ich auch manchmal Ja ich auch Gerade abends Nach der Arbeit Warte Ah Ok das sieht harmlos aus Das mach ich fertig Das sagst du Oh ich hab wenig leer Oh alter da Da hink ich fest Scheiße Da hink grad auch nicht Ah ich misst Ich bin ohne Ausdauer hingegangen Ey alter der verträgt einiges Hau mal mit drauf Ich schieß mal Da ist nicht... Da ist Nachtragung Junge Da beruhigt sich nicht mehr Voll in Arsch Voll in Arsch guck mal Ja Voll in Arsch Pflücken mal schnell Oh nein Oh nein Oh nein Das schießt mich auch weit weg Ja Sei vorsichtig Mach keinen Mist Ah Ich bin ja... Ich bin ja... Wie sind die... Wie sind die hier die... Die Stierkämpfer? Po... Durero Du.. Lass mach mal auf Ich lass jetzt mal... Mal sehen ob sie es checkt Gleich komm da angeflogen wie eine Rakete über mich drüber was denn ich stand grad hier auf dem stein ach so so ein paar fliegen quatsch ich habe das angemacht was ist das da kam das doch da kam es du reitest das vieh ich bin nur drauf gelaufen ich bin hier auf den stein geklettert da kam hinter mir irgendwas an tief dunkle nacht otto wo steckst du ich stehe auf dem stein beim hippo beim ist hier oder du schwimmst für eine fedra muss doch irgendwo jetzt hier sein ach da hinten du klopf dich ich sehe dich ok ok ich komme runter den kann man ja kalt machen der blutet schon aber ich habe echt nicht mehr viel leben aber das vieh auch nicht war etwas zu vorsichtig äh zu unversichtlich ich auch nicht da wollen wir schnellen fisch rein oh ne er hat auch die hälfte so dann machen wir mal bloß so kurze guerilla attacken den muss ich erst studieren den bruder so immer schön im arsch von hinten genau immer richtig von hinten anlaufen statt klein gehen oh jetzt hat er noch hier eine im dunkeln ist nicht gut kürschen essen gegen ein vieh und der röntgenblick warte ich bin ja am baum warte du bist der göter ich mach warte jetzt haben wir einen baum jetzt hat er sich einen baum gepackt der spinner gleich ist er hinüber er kommt nicht weiter wo ist er hingeflogen alter warte ich zieh ihn ab dann können wir teilen so was haben wir dicke haut ok aufteilen ja meister du kriegst 5 ich nehm 4 0 stück gibt's ja brauchst du noch nen horn hier hast du noch nen horn ich hab noch welche schon unter truhe genau so nen horn ja ja naja geht auf jeden fall ja ich wär nicht fertig drüber alter was ich spende ja das bringt mich ja völlig aus dem konzept das ist also ist schon echt krass alter fett ich freu mich ja schon über zuschauer aber dann noch ne spende alter das ist der hammer träum ich heute abend davon dass wette ich doch es wird so sein ich träume ja immer vom stream und zocken und dann das ist echt mein ding geworden macht mir spaß extrem ein video habe ich vorhin noch schon fertig gemacht von unserer brücke letztens mit erik das hab ich gesehen das hab ich gesehen 3 klitschkurs ist irgendwie so ja ja aber das ist ja ich hab's ja nochmal für youtube aufbereitet nochmal achso 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 hier schön Metall alles ja ich glaub ich hier mal nen Trinkschlauch aufs Blech ne das ist hier auch gleich hier ne und noch ein Vollrohr und das ist krass das ist schön das gefällt mir ja weil ich muss glaub ich für das Achievement brauch ich sogar 50 Follower ja ich kann mich ja auch mal registrieren und dann ja was du noch immer mehr machen das ist schon schön ja aber ich find freu mich natürlich über jeden vor allen Dingen wenn sie wenn es nicht meine Freunde sind so wie du jetzt ja du machst das ja gern das weiß ich auch wenn ich hier scheiße streamen würde würdest du das machen aber es ist ja da würde ich dich zwingen ich komm vorbei ich mach die Nacht ja voll Gebühr ja du hast ja nur solch jemand Gedanken du hast eine Wagnermit ich hab nur gesagt dass mein Schlauch noch voll ist du hast es schon wieder gemacht das muss an dir liegen echt ja gut das glaub ich weiter los und an der Spende die macht mich wahnsinnig da muss ein da muss ein da muss ein da muss ein das Siedlung achso wir müssen da hoch glaube ich naja oder ja ja können wir ja cool ist das Dschungel was da kommt das grüne oder ist das einfach ich glaube das ist der Dschungel ich weiß es nicht wir werden es ja ja Otto rennt wahrscheinlich schon wieder da ist er gut ne ich bin da alles im Blick gut gut prima aber warte mal hier kurz ey da vorne ist ein Nashorn ey hier ist ein Baby Nashorn ey hier ist ein Baby Nashorn nee komm das lass mal ey nein da kommt da ist ein großes mit dem kannst du nicht kloppen nicht das kleine Viech ich hab es eingesteckt du frisst es doch heimlich ich kenn dich komm wir machen das weg da das große oder? ne ich bin erstmal halb voll mit Leben achso na Trick 17 wir können es wieder hinterm Baum locken guck mal wie das rum wie eckig das läuft ey mhm der hat gelitten jetzt hat er dich das ist schön ja Pfeile machen nicht viel ach oh jetzt oh ich hab sie sehen aber zu spät reagiert ich mach hinten ne ich aus dem Sack hier ein bisschen mal so um die Steine da können wir noch ein bisschen regenerieren mhm ey da hat mich übern Haufen gerannt Alter dafür gibt es Träsche vom Feinsten oh guck wir müssen aufpassen dass wir uns nicht selber in Schädel einschlagen also du bist nicht mehr zufrieden frisch ja ich weiß das ist aber schon nichts neues oh die Ausdauer au so jetzt ich so jetzt du immer mal schön warte ich so da muss ich nämlich dann immer umorientieren jetzt du komm vorne vorne ist ja auch nicht so bringt ja auch nicht viel oh ist weggerannt der ist sein Popo hingehalten oh nein 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 nicht sterben nicht sterben nicht sterben aber das ist langsam jetzt dachte ich eigentlich naja der schnellste ist es nicht aber da rennt dich auch mal um ich hab keine Ausdauer jetzt gleich ist er doch wieder ok ey alter wie fliegen die sind das Flugschweine achso Mist jetzt hat sie es ja vermischt naja wie viel hast denn neun was hatte ich ne ne neun hat meinstens vier hatte ich vier haste mir eben vier du hast fünf ne fünf hab ich da eben vier hab ich behalten fünf haste mir eben genau genau so dann gab es jetzt zwölf wa fett aufteilen so zwölf so jeder sechse so da ist vielleicht so ne lanze besser da müsste nix in der Hand hier sammle ein alter ja mach ich auch ja so ne ranze ja das stimmt du fergel was sagst du mein ne hund hat gefurzt achso und das mochtet immer ich hatte mal einen kummel der hat eine Boxer hinten gehabt alter die war üblich aber wenn die geschissen hat oah ist feierlich alter aber das war jetzt nase ohnehaut das war jetzt keine dicke dicke haut ach stimmt du hast recht ist mir gar nicht aufgefallen hä wie viel hast du jetzt von der nase ohnehaut sechse na dann kriegst du noch zwei das ist doof dass man die nicht einfach so teilen kann stimmt das andere war was machen wir mit nase ohnehaut ok wir werden es rausfinden da ist noch ein Panzer hm lass mal ein bisschen heilen bisschen was von unten zu stehen ja hier unten sitzen bestimmt zwei ne ach da steht er der Dark Träumer versperrt er uns nen Weg ne da müssen wir nicht hin wir müssen hier hinter wir müssen hier hinter ne ich pflücke noch mal ähm marten nicht so achso was hier an Eisen liegt ja wie viel geil ja ok hm 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 äh ey was kommt denn hier aus irgendwas was hast du so gehört was denn irgendwas hab ich gehört ja hat sogar so gefaucht wie Wind oder sowas hä ja ja vielleicht ja meine Sandwürmer von Tune hm der verfluchte Wind treibt sein Unwesen ah hier noch so paar Bienen bei wie ist er äh Dings Beetlejuice das kenn ich nicht echt nicht das hast du da letztens geguckt ja 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 oder hab ich's schon mal geguckt und wieder vergessen das kann auch sein ja gibt's ein Trick für mich da ja da musst du auch gucken aber gibt's auch als richter wir müssen hier irgendwie durch ja dann ich hoffe das geht da lang du bist der Navigator ja ja ich ich kann dir nur die richtung vorgeben also ich kann dir nur die richtung vorgeben aber nicht äh ja ob wir hier durchkommen Navigator setzen lassen oh Chaos Mund naja cool wieder was entdeckt guck mal da unten sind Palmen da wird's auch noch grün schön hm Mist gibt's hier irgendwo nen Weg lang sieht nicht so aus ja geradeaus hm durch die Wüste irgendwie wenn wir hier nicht durchkommen müssen wir drum rum laufen ja oh hier ist der richtige Berg Getter ne hier kommst du runter warte das geht schon also zumindest sind die Oase dort ja oh guck doch mal auf der Kante das ist ne richtig ja ich sehs grad ja solcher Kamm oder wir müssen da hoch klettern durch den Chaos Mund müssen wir durch auf jeden Fall wie's aussieht hm hm ey ich hab ne Errungenschaft freigeschaltet du ja ich auch cool Wurst wie und Boda ein schöner Abend heute echt muss man sagen ja hängt gut an hm ja also generell also sowieso ja für mich sowieso ich bin vorhin nach Hause also ja mit Hunden runtergelaufen ja ich hatte halt so kribbelt und gänzerhaut so im Euphoriegefühl also das war so geil ja mir ging das auch so weil du schleppst das Tage lang wochenlang mit da rum ja und dann wenn das endlich hindert fällt richtig von dir ab wie so ein Stein ja ja das war geil schön Mucke im Ohr jetzt hast du erstmal schön Urlaub und dann fängst was Neues an ja genau genau sie siehts aus ey ich hab schon wieder was Neues entdeckt hier Zuflucht des Priesterkönigs ich glaube wir klettern jetzt hier mal hoch oder hier vorn oder du springst da runter von der Springflucht wir müssen hier hoch das war da ne 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 ausdauer wird knapp war grad so geschafft cool ich glaube wir sind gleich hier unten geht es noch mal drüber da ist noch ein übergang wie es aussieht am ende von dem fluss sieht aus wie eine brücke dass der unten drunter durchfließt muss man trinken dort steht auch in was denn jemand was wir sind gerade oben können wir auf den rückweg vielleicht ist jetzt wieder zurück oder nein es bringt doch nur mal darunter das war ich bin nur die ganze zeit hinterher klettert da müsste es noch bei mir sein das zerschmetterte becken kam schon als nächster warte bleib stehen ich komme zu dir siehst du mich auf der karte ja wenn du dich bewegst dann hört er sofort auf in den bandagen da war die umsonst okay das ist mist aber hier sind deine bären deine wüstenbären die sind echt gut also besser als die bieten und käferchen aber ich schwöre auf meine maten das zerschmettert der becken ok woher liegt jemand holz kann weg hast ne kann man mal behalten stört ja nicht ich schmeiß mir das baby nassert weg ja das vieh ist doch schwer oder so guck mich ja ich taugel so ein kleines wie hieß krokodil vieh ja hier wir sind durch glaub ich cool ich würde sagen wir sind durch tatsache genau die stelle habe ich doch gemänt muss zum durchrennen ja guck a die hast du noch nicht gesehen am alter na doch ach von deinem felsen da oben aus nein auf der karte ach nee ich hätte noch eins weiter hinschneuze also 100m weiter und dann links oh guck mal schön oh schön ne hätte ich jetzt nicht als als weg erkannt gucke holt Gänseblümchen oh herrlich cool ha schön mal was neues ja ey richtiger wald hier hinten das ist ja Skyrim fetzt ey schön oh was ist das da oben alter guck mal ach das ist in der Brücke warte ich ich muss jetzt mal hier kurz rasturas uh aha pflänzchen das sieht aus wie digitales Zeug wie heißt das Fingerhut aha aber ist es mal also hier sind Wölfe warte hast du es schon gesehen ne ich hoffe aber wo wo ist das ist das ist was ist das ist wie warte dass ich habe auch es Untertitelung des ZDF, 2020